die dhv news vom 17 februar 2023 berlin haben die wähler die legalisierung gekillt nutz hanf jetzt noch gefährlicher 0,3 statt 0,2 prozent thc herzlich willkommen bei den dhv news wir haben ein paar neue produkte im shop des handverbands und eins davon möchte ich euch heute präsentieren das ist dieser magnet aufkleber wo ich gar nicht weiß heißt er dann überhaupt aufkleber weil er klebt ja in dem sinne gar nicht oder ist es doch kleben wenn etwas magnetisch an etwas anderem dran gekonnt ist um euch das mal zu präsentieren wie das genau aussieht mit dem kleben habe ich hier ein anderes produkt aus dem dhv shop eine wasserdichte metalldingsbumsschale die kann man zum beispiel nehmen und da den magnet aufkleber drauf schlumpfen ja also das ist eine mögliche verwendung dafür man kann natürlich auch was anderes damit machen wenn euch noch andere dinge einfallen zum beispiel einfach die zu hause an kühlschrank zu machen als kleines statement für sämtliche besucher ja oder im betrieb an den kühlschrank in der gemeinschaftsküche oder auch am auto ja also gibt vielleicht doch ein paar leute da draußen die zwar kein gras in der tasche und kein gras im blut haben aber ein arsch in der hose und die lust haben sich so ein aufkleber auch mal so aufs auto zu machen schickt uns gerne fotos davon vielleicht wenn wir viele zusammen kriegen zeigen wir mal welche auf jeden fall freut uns wenn leute unsere message da draußen auf die art weiter tragen und für die auto leute haben wir auch noch einen ganz großen magnet aufkleberdings ja der ist viel größer als der den kann ich euch hier leider nicht zeigen weil ich sonst ärger mit dem greenscreen kriege das kleine ding ging noch ja also wisst ihr bescheid dhv shop neue produkte guckt da mal rein so jetzt muss ich das greenscreen safe wieder weglegen das ganze so berlin ihr habt ja mitbekommen berlin hat gewählt abgeordnetenhauswahl wiederholt und die cdu hat haushoch gewonnen während wir vorher die spots ausgefahren haben geht wählen verändert die cdu und so weiter cdu will legalisierung im bundesrat stoppen und haben zur wahl aufgerufen und ja jetzt haben schon wieder alle geungt ja und waren alle depressiv da draußen manche ja also die halt die üblichen schwarze ja sozusagen die sagen ja jetzt ist alles vorbei ne aber das war vorher absehbar dass die cdu hier jetzt diesmal stärkste kraft wird ne das war eigentlich gar nicht zu verhindern ziel der ganzen aktion war dass es weiterhin eine mehrheit für rot rot grün gibt und das haben wir erreicht rot rot grün ist wieder möglich und meiner meinung nach auch wahrscheinlich ja bei dem wahl ergebnis die cdu wird zwar jetzt versuchen hier einen koalitionspartner zu finden grüne und spd kämen infrage würde reichen jeweils einzeln mit cdu cdu kann ein bisschen damit auch locken ja dann eine zwei parteienkoalition natürlich immer einfacher zu handeln ist als drei dann war es das aber auch schon wo mir da irgendwie locken kann der Kai Wegener hier der Spitzenkandidat in diesem fall ist auch eher die spd das problem nicht so sehr die grünen ja wo wir sonst schon mal irgendwie gesehen haben grüne zusammen mit cdu in der koalition in letzter zeit oder auch schon länger wie in baden-württemberg zum beispiel aber die grünen in berlin sind noch sehr viel linker als die grünen in baden-württemberg und auch die grünen wähler in berlin sind sehr viel linker als die da insofern würden die grünen das glaube ich in berlin gar nicht überleben wenn die hier mit der cdu zusammen gehen würden ja und die wollen das auch glaube ich gar nicht also teile ich für einigermaßen ausgeschlossen bei der spd sieht es schon wieder anders aus da haben wir ja hier ja die frau giefei als spitzenkandidatin die eher ins bürgerliche lager tendiert sag ich mal aber ganz knapp hat ja die spd vor den grünen ihr ziel erreicht ja also zweitstärkste kraft zu werden hinter der cdu und in einer rot rot grünen koalition könnte also franziska giffey weiterhin oberbürgermeisterin bleiben chefin von berlin sozusagen was sie in der koalition mit der cdu nicht könnte ja dann wäre halt kai wegner der chef und das spricht auch dafür dass wahrscheinlich die spd sich dann entscheiden wird für rot rot grün da weiter zu machen zumal auch da an der basis viele sicher nicht begeistert sein werden wenn die spd mit der cdu zusammen geht ich bin ganz zuversichtlich dass es weiterhin eine berliner stadtregierung geben wird ohne die cdu sicher ist das nicht ja da bin ich mal optimist wie manches mal aber an dem punkt ich glaube berlin wird kein problem mehr sein für den bundesrat hoffe dass ich das nicht revidieren muss und dann können wir wirklich uns konzentrieren auf den showdown im herbst falls alles nach plan läuft dann nach plan der regierung das ist ja auch immer die frage wenn man die letzten zwei news ausgaben gesehen hat aber dann ist der bundesrats showdown sozusagen im herbst in hessen immer noch aktuell und unsere chance das ganze legaleisgesetz durchzubringen nutzhanf zweite großes thema der woche vielleicht ist auch gar kein großes thema ja eigentlich ist das nur ein ganz kleines thema mit 0,1 prozent punkten veränderung bei einer wahlwert jetzt auch nicht besonders dramatisch viel und es wird auch bei nutzhanf nicht die bundesregierung hat angekündigt dass jetzt nutzhanf die definition für nutzhanf die grenze des thc wertes hochgesetzt wird auf 0,3 prozent von 0,2 was nur das reine technische nachvollziehen einer eu-regelung ist da wird nämlich festgelegt bis zu welchem thc wert cannabis hanf förderfähig ist also sozusagen die eu-weite definition für nutzhanf und dem wird also im prinzip auch in deutschland die definition nachgezogen im betäubungsmittelgesetz und alles was halt nicht nutzhanf ist ist betäubungsmittel und da wird eben jetzt diese grenze auf 0,3 prozent erhöht kleine erleichterung für die landwirte die halt immer mal wieder probleme hatten den 0,2 wert einzuhalten weil eben auch individuell je nach standort je nach sonne und so weiter dann doch der wert mal überschritten sein konnte auch mit dem offiziellen sortenkatalog der eu der das eigentlich verhindern soll ja dass da nur sorten angebaut werden die eben diesen wert nicht erreichen war es immer tricky insofern kleine verbesserungen aber eben auch wirklich nur ganz kleine ja das ist ja auch so die Schweiz zum Beispiel hat 1% Grenzwert für nutzhanf und gilt also immer noch nicht als Droge bei 1% auch kein Problem aber ja da ist 0,3 immer noch ganz schön pifig im Vergleich und immer noch ein Problem für die Landwirte und 1% wäre sicherlich viel besser um auch eine viel größere Vielfalt an Sorten anbauen zu können für verschiedene Zwecke die halt mehr optimiert sind auf Fasern mehr auf CBD-Produktion oder was auch immer aber ja wir bleiben da streng mit 0,3 oder die ganze EU muss man auch sagen bleibt relativ streng mit 0,3 wobei das keine harte Vorgabe ist ja wir müssten das nicht nachvollziehen und wir könnten auch einen höheren Wert anlegen manche EU-Länder haben das Österreich zum Beispiel oder die Italien hat 0,6% zum Beispiel die ist ja nur nicht mehr von der EU förderfähig ja also die Hanfsorte mit 0,5 meinetwegen oder 0,6 in Italien die darf aber trotzdem angebaut werden als Nutzhanf Deutschland nur bis 0,3 alles darüber ist erstmal ein Betäubungsmittel wenn es zu Rausch mit Zecken missbraucht werden kann eben auch darunter ja und das ist eben das ganze Problem mit der Jagd auf die CBD-Blüten das sind ja Nutzhanfblüten letztendlich mit die diesen Grenzwert einhalten ja wo man sagen würde normalerweise ist ja Nutzhanf ja wächst auf dem Feld ganz normal egal in Deutschland warum soll das jetzt verboten sein da zu verkaufen oder auch zu kaufen als Kunde und da zu rauchen wie auch immer aber es ist halt verboten ja weil eben in dieser Anlage 1 wurde als drin steht mit der Ausnahme für Nutzhanf da steht eben wenn der Missbrauch zu Rauschzwecken ausgeschlossen ist dann ist es legal und ja das der Bundesgerichtshof hat eben gesagt auf Grundlage eines Gutachtens dass der Missbrauch nicht vollständig ausgeschlossen ist deswegen sind eben bei den speziell bei den Blüten ja anders als bei anderen Cannabis-Produkten oder CBD-Produkten bei den Blüten ist es so dass die eben nach Urteil des Gerichtshofs Bundesgerichtshofs nicht legal sind so und jetzt wäre natürlich naheliegend zu sagen okay dann streichen wir diesen Satz aus dieser Anlage 1 mit dem Missbrauch zu Rauschzwecken einfach raus ja wir haben ja den Grenzwert bei uns brauchen wir den Satz noch ja weil man kann sich damit sinnvollerweise praktisch nicht berauschen ja außer wie der Gutachter der dann sagt man muss 15 Gramm von dem Zeug in einen Muffin reinbacken ja vollkommen nicht essbar viel zu teuer völlig unpraktikabel macht kein Mensch ja aber theoretisch könnte man ja und deswegen ist das halt verboten diesen blödsinnigen Satz einfach da rausnehmen das haben auch Sachverständige schon vorgeschlagen im Oktober 2021 da gibt es einen offiziellen Sachverständigenausschuss speziell zur Begutachtung solcher Fragen was soll als Betäubungsmittel als Betäubungsmittel aufgenommen werden in die Anlagen des Betäubungsmittelgesetzes und dieser Ausschuss hat eben gesagt ja also lasst ihr eben das doch rausnehmen da mit dem Missbrauch zu Rauschzwecken dann haben wir einfach die Grenze für Nutzhanf 0,3% jetzt dann ja und dann ist gut ja dann kann man auch das Zeug verkaufen egal was das ist aber nein ja das hat die Bundesregierung oftmal nicht gemacht sondern nur einfach technisch diesen Grenzwert nachvollzogen für Nutzhanf und das ist natürlich dann schon ein bisschen mau ja wenn sie schon mal dran sind da eine Anlage 1 rumzubasseln und da irgendwas zu verändern dann hätten sie auch eben den Satz rausnehmen können und der Vorgang zeigt ja auch wie einfach das ist die haben das mal eben jetzt verkündet auf Twitter auch mit Pressemitteilung das hat jetzt im Kabinett beschlossen worden wer also relativ simpler Vorgang auf jeden Fall und da hätten sie auch mal eben den Satz damit rausnehmen können entsprechend ihrer eigenen Sachverständigen die sie selber bestellt haben sozusagen als Bundesregierung um solche Sachen zu beurteilen aber da hören sie dann eben nicht drauf und jagen weiter die CBD-Blüten spätestens jetzt muss man das auch der Ampelregierung anlasten ja wenn sie sowieso schon mal drangegangen sind an diese Stelle des Gesetzes und haben es dann eben nicht gemacht ja bewusst ihren Sachverständigen nicht gefolgt geht nicht in Ordnung das Ganze ob das Ganze jetzt schon in Kraft getreten ist ist allerdings die nächste große Frage weil die Verkündung des Bundesinstituts für Landwirtschaft und Ernährung war nun sind Handprodukte oder ist Nutzern bis 0,3% legal also jetzt ja und das ist offensichtlich nicht der Fall weil das Kabinett oder ein Minister kann nicht einfach diesen Wert verändern sondern er muss entweder sich die Zustimmung des Bundesrates holen oder es muss im Bundestag eine entsprechende Gesetzänderung oder Anlagenänderung beschlossen werden beides ist noch nicht passiert insofern ist es nicht nun in Kraft oder nun schon passiert sondern es hat erstmal das Stadium geschafft dass die Regierung sich darauf geeinigt hat das jetzt so machen zu wollen und jetzt müssen die sich noch im Parlament ein Okay holen welchen auch immer beide glaube ich möglich ja Bundesrat ist normalerweise üblich muss zustimmen zu solchen Änderungen der Anlage 1 ich habe noch nie erlebt dass das anders gelaufen ist ja aber der Bundestag kann das theoretisch auch machen ja wenn der Bundesrat da störrisch wäre müsste eigentlich auch der Bundestag das machen können ich wüsste nur kein Beispiel in der Vergangenheit wo es so gelaufen ist wie auch immer auf jeden Fall müsste das jetzt demnächst noch irgendwie passieren wird wahrscheinlich auch kein Problem sein das noch durchzuziehen sozusagen aber der große Wurf ist jetzt nicht ja nichts zum Feiern außer dass eben natürlich die Blütenhändler jetzt auch auf 0,3 gehen können um den Wert nicht zu reißen aber das mit dem Missbrauch zu rausstrecken das werden wir so nicht los CDU-Antrag zur Patientenversorgung das ist nochmal interessant auch da die Aufreger und Pessimisten sozusagen jetzt sagen ja jetzt kommt die CDU auf einmal an und will Cannabis als Medizin verbessern ja diese Heuchler schießt sie auf den Mond und so weiter aber in dem Fall ist gar kein Grund zum Aufregen weil so schlecht ist das Ganze nicht immerhin bringen sie jetzt nochmal aus der Opposition dieses Thema auf den Tisch mit der Patientenversorgung und da ist ja einiges im Argen ja das wird ja immer wieder auch gesagt und auch von uns gefordert auch vom Patienten gefordert und gesagt und so weiter und viele dieser Probleme werden tatsächlich angesprochen in diesem Antrag und ist ja so ähnlich mit dem Linken-Antrag zur Entkriminalisierung der Konsumenten auch das ist ein wichtiger Impuls um die Ampelregierung nochmal ein bisschen anzupieken und voranzutreiben sozusagen weil eben in beiden Positionen nicht viel passiert ist weder bei der Entkriminalisierung der Konsumenten noch eben bei Cannabis als Medizin und da kann es nicht schaden wenn die CDU da mal einen Ball in den Teich wirft ja und mal guckt was passiert denn jetzt hier welche Wellen schlagen wir denn da auf jeden Fall ein paar Wellen sind mal nötig in dem Punkt und der Antrag der CDU spricht sich zwar nebenbei gegen die Legalisierung von Cannabis als Genussmittel aus ja das war natürlich auch das ist ja auch zu erwarten von der CDU das ist jetzt nichts Besonderes aber die Forderungen die da drin stehen erinnern doch sehr an unsere eigenen abgesehen davon dass der Antrag kurz davor stehen bleibt zu sagen sie wollen den Genehmigungsvorbehalt der Krankenkassen abschaffen das sagen ja im Prinzip auch die ganzen Ampelparteien dass sie den abschaffen wollen dass die Ärzte selber entscheiden sollen ob sie Cannabis verschreiben wollen oder nicht und ob die Krankenkassen dann auch zahlen sollen oder nicht wie bei anderen Medikamenten halt üblicherweise auch und wir wissen ja alle dass bei Cannabis da ein riesen Problem besteht dass die Krankenkassen einen großen Teil der Anträge ablehnen und auch nur für bestimmte Krankheiten sozusagen überhaupt eine Zustimmung wahrscheinlich ist und bei anderen Krankheiten gar nicht erst versucht mehr wird von den Ärzten so einen Antrag zu stellen das adressiert die CDU auch indem sie zum Beispiel sagt es soll mehr Therapiehoheit für Ärzte geben was ja bedeutet eigentlich die Krankenkassen sollen weniger da drin rumfuschen und denen da irgendwie die Entscheidung abnehmen es sollen Versorgungsengpässe vermieden werden wenn die Legalisierung kommt Versorgungsengpässe waren in den letzten Jahren auch immer ein Riesenthema auch für uns weil da eben gar kein Gras da war in der Apotheke mittlerweile es hat Probleme erledigt die Lieferungen sind stabil und aus allen möglichen Ländern werden wir beliefert und dann war auch unsere eigene Produktion mittlerweile am Laufen aber jetzt kommt eben das Argument wenn die Legalisierung kommt und da ein Bedarf von 400 Tonnen pro Jahr auf einmal da ist in Deutschland wo sich die CDU übrigens auf unsere Haukapp-Studie bezieht und dann sagt ja okay wenn die ganzen Produktionsfirmen jetzt umstellen auf Genussmittel Cannabis aus irgendwelchen Gründen warum auch immer weil das lukrativer ist und die Patienten dann nichts mehr haben ja das darf nicht passieren haben sie natürlich recht ja das darf nicht passieren die Patientenversorgung muss aufrechterhalten werden ja das kann man mal so sagen obwohl ich jetzt eigentlich nicht erwarte dass das ein Problem wird bei der Patientenversorgung aber kann man ja mal erwähnen vor allem aber auch bessere Ärztefortbildung ja auch ein Thema was wir immer wieder ausgespielt haben weil eines der größten Probleme ja ist dass Leute gar keinen Arzt finden haben wir jetzt auch wieder gerade in den letzten zwei Wochen wieder Berichte reinbekommen von Leuten die in der ganzen Stadt keinen Arzt finden der ihnen Cannabis verschreiben will oft weil eben die Ärzte selber gar keine Ahnung haben vom Thema dann nach wie vor für böse halten für böse Droge und so weiter und die Patienten eigentlich für Schwindler oder so ja die da vor ihnen sitzen und da sagt selbst die CDU eben jetzt doch die Erfolge von Cannabis als Medizin sind offensichtlich ja die sind eindeutig gegeben und da ist noch viel Nachbildungsbedarf bei der Ärzteschaft da und deswegen soll eben auch dieses ganze Wissen über das Cannabinoidsystem im Studium Medizinstudium mit integriert werden die Leute sollen informiert werden alles gute Sachen und Vorschläge soweit da kann man nicht meckern man will auch vermeiden dass sich Patienten auf dem Schwarzmarkt versorgen müssen dann letztendlich wenn sie eine schwerwiegende Erkrankung haben wo Cannabis hilft aber sie eben von der Krankenkasse nichts kriegen da sind wir wieder bei dem Thema ja dann erkennt die CDU quasi an dass Leute dann eben auf dem Schwarzmarkt sich versorgen und will das verhindern ja wunderbar was wiederum auf eine vernünftige Erstattung durch die Krankenkassen rausläuft also an vielen Stellen die sie da sagen läuft es darauf raus dass die Krankenkassen gefährlichst irgendwie bezahlen sollen wenn der Arzt verschreibt ohne dass sie das so ganz genau sagen ja dass der Genehmigungsvorbehalt abgeschafft wird sie kritisiert zum Beispiel auch die CDU diese aufwendigen Überprüfungsverfahren durch den medizinischen Dienst der Krankenkassen was ja normalerweise dann erfolgt also unterm Strich gut dass die CDU diese Debatte jetzt anstößt da gibt es viele Sympathien bei der Ampel für ja und mal gucken ob sie da jetzt irgendwie drauf eingehen weil bisher ist da keinerlei Bewegung in der Ampelregierung erkennbar ja die sind alle so mit Cannabis als Genussmittel Legalisierung beschäftigt dass sie scheinbar gar nicht die Kapazität haben da jetzt bei Medizin auch mal noch ranzugehen und von daher kann so ein Anstoß von außen glaube ich im Moment nicht schaden und dann habt ihr gehört ja ich habe CDU gut in einem Satz gesagt das kommt auch nicht so oft vorher in der Sendung von daher merkt auf es ist nicht alles schlecht was von der CDU kommt nur wenn es um Cannabis als Genussmittel geht sind sie halt immer noch hinter dem Mond so wir haben ein paar Bilder reinbekommen von unseren Ortsgruppen ich bin also schon kurz vor den Terminen wo es ja meistens um die Ortsgruppen geht und da haben wir zum Beispiel ein Bild bekommen von der Podiumsdiskussion Ende Januar des Heidelberger Kreises wo unter anderem der Vorsitzende des Bundesdeutscher Kriminalbeamter dabei war Dirk Pegelow aber auch der Ortsgruppensprecher Christoph Lehner von der Ortsgruppe Rhein-Neckar eine Aktion die eben auch eine Ortsgruppe machen kann dass jemand mal da hingeht oder auch die ganze Gruppe dann vielleicht zusammen da hinfährt zu so einer Diskussion die irgendwo gemacht wird damit aufschlägt und jemand aufs Podium setzt sozusagen und einfach teilnimmt an dieser Debatte vor Ort aus dem Innenleben anderer Ortsgruppen noch ein paar kleine Eindrücke spannend und lehrreiches Abenteuer hatte scheinbar die Ortsgruppe Würzburg die offenbar bei der Besichtigung von irgendwas in irgendeiner Industriehalle oder so ein Foto gemacht hat jedenfalls nicht in einer normalen Standard Alltagsumgebung insofern Spannung ja hatte Arbeit beim Infostand der Ortsgruppe in Bamberg auch schönes Foto und Spaß gibt es aber auch bei den Ortsgruppen wie man sieht bei der Ortsgruppe in Freiburg so und jetzt habt ihr alle tierisch Bock auf Ortsgruppen treffen und ich bin bei den Terminen Darmstadt trifft sich Freitag 17. Februar Bremen Samstag 18. in Infostand der Ortsgruppe Oldenburg übrigens ja die nach Bremen expandiert und da die Weltweb in Bremen haben wir keine Ortsgruppe ja da ist ein bisschen Entwicklungshilfe für Bremen durch die Ortsgruppe Oldenburg super Engagement dann haben wir in Heidelberg den offenen Hanftisch der Ortsgruppe Dienstag 21. Februar den Stammtisch der Ortsgruppe Thüringen Donnerstag 23. Februar online in dem Fall Hamburg tritt sich die Ortsgruppe auch Donnerstag 23. Februar Würzburg Ortsgruppe Freitag 24. Gotha nochmal Thüringen diesmal ein echtes richtiges Treffen in Gotha ich glaube Gotha habe ich ja auch noch nie gesagt in der Terminübersicht ja wunderbar alle Gothanesen die immer schon mal zu einer DHV Ortsgruppe wollten haben jetzt die Chance direkt vor Ort bei sich bei der Austür Sonntag 26. Februar 13 Uhr Ortsgruppe Thüringen und nochmal Oldenburg online Hanf Schnack Mittwoch 1. März das war es für heute like das Video abonnier den Kanal drückt die Glocke und ich wünsche euch noch einen schönen Tag und einen geruhsamen Abend Bis zum nächsten Mal Untertitelung des ZDF, 2020